Och, die arme Katrin. Alter, Aua. Die Anarchie. Und das sind meine... Das habt ihr leider nicht gesehen, aber draußen sind meine Meerschweinchen abgehauen. Ah! Camp-Aufpasser für Kinder? Das ist der langweiligste Job überhaupt. Hör zu, es war der einzige Job auf der Liste und die Miete zahlt sich nicht von alleine. Warte, und wie wird sie dann bezahlt? Ich werde dich irgendwann umbringen. Oh, Mann. Wieder hier im Camp zu sein, bringt... Moment. Die Miete bezahlt sich nicht alleine. Jetzt habe ich ein Problem. Dachte ich nämlich immer, dass die Miete sich alleine bezahlt. Naja, gut, also werde ich dann in den nächsten Wochen keine Videos mehr machen können, weil ich bin jetzt dann... Ich weiß nicht, also... Ich weiß nicht, ob ich im Wald oder unter der Brücke so gutes WLAN habe und dann mein PC irgendwo anschließen kann. Ich weiß nicht, ob da Steckdosen sind. So schöne Erinnerungen, zurück. Ich will wieder nach Hause. Hör auf zu heulen, du Pussi. Das sieht man sogar heute noch. Ihr? Genau, hier habe ich das erste Mal Sex gehabt. Ruf mich an. Du Schlampe! Okay, schauen wir mal, was ansteht. Angeln, Vögel ansehen, Lager... Scheiß drauf! Wir brauchen keine Regeln! Kämpf Alachie! Nein, 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 ich möchte jetzt bitte diesen Punkt machen. Ich möchte die Vögel angucken. Da kriege ich zwar immer so Probleme, so, da kriege ich leicht, ähm, naja, Wutattacken, ne? Weil jetzt gibt es ja Leute so, äh, nix jetzt gegen euch Angler, aber, ne, ich habe es ja selber schon mal ausprobiert. Ich habe da eher Aggression bekommen, erst mal, wenn die Fische nie anbeißen und das wird es dann einfach, man sitzt dann rum. Gut, das machen die meisten Leute auf Arbeit auch, aber, äh, ne, da kriege ich so, ne, so leichte Attacken. Da kann ich mich nicht nur beruhigen. Ohohoho. Abschieb mit Dynamin. Das ist nämlich mal ein richtiges Feuer. Team Red hat gewonnen, definitiv. Kim und Seablu, Sie sind der Beste. Nein, du bist die Beste. Das seid ihr alle. Okay, also, allein schon jetzt schon hat Team Rot für mich gewonnen, ne? Also, ich würde sagen, hier, ihr Kinder, ne? Wir sind jetzt hier, ihr könnt mal arbeiten gehen für die Miete, ne? Ich, äh, lande sonst bald auf der Straße, ne? Man muss auch, man muss auch mal sagen, wenn das Kind zum Beispiel zu einem sagt, ne, äh, du bist der Beste, musst du sagen, ja, aber du nie. Ja, man muss ja auch mal ehrlich sein, ne? Heute Nacht wirst du zum Mann. Aber ich bin ein Mädchen. Jetzt wach endlich! Die Kackwurst. Donkey Kong? Ich mach das schon. Kippers, transformiert euch! Es tut mir so leid. Och, die arme Kackwurst. Alter, aua. Es tut mir so leid. Ah, das Kälb ist doch recht klasse. Ja, ähm, ist halt schwierig, also, ähm, für die Ideen würde ich definitiv Team Blau, ne? Also, der hat gute Ideen gehabt, aber für die Ausführung einfach, ähm, Team Rot, äh, ja, derjenige, ja, der besser die Kinder behandelt hat, ähm, fand ich auch Team Rot besser. Also, steht 2 zu 1, Team Rot hat gewonnen, ne? Team Rot hat einfach gewonnen, ähm, es tut mir so hier, aber es ist so. Ja, muss man jetzt durch, ist halt so. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, ähm, ihr guckt auch das Original an. Bis zum nächsten Video, haut rein und tschüss. Bis zum nächsten Video.